So, wenn du bereit bist, Pflege, kannst du ja moderieren. Ich bin bereit, ich hab die Fragen offen und, ach ja, ich muss ja hier Moderator machen, bestimmt. Dann fangen wir jetzt gleich an. Dann fangen wir jetzt mal an. Herzlich willkommen zum zweiten Jeopardy von Captain Tsubasa, mit diesmal drei Teilnehmern statt zwei und auch einigen neuen Kategorien. Aber als erstes würde ich dann mal bitten, dass sich die Teilnehmer selber vorstellen. Fangen wir an mit Shin, weil der auch im Twitch-Chat ganz links ist. Hallo, mein Name ist Shin und in meinem Kopf ist ganz viel drin. Das hat er sich überlegt, der im Vorfeld, Mist. Das hab ich mir wirklich nicht überlegt, aber ich hab so das ähnliche bei Anni Haberer gemacht. Ja, du sagst erst Shin, tatsächlich. Oh. Kommen wir da MVP, also ein bisschen, ich erwarte übrigens, wie heißen das, Doppelreimketten jetzt. Äh, mein Name ist Pimpki und ich gewinn nie. Okay. So, bin ich dran? Ja, du bist dann dran. Ja, hallo, ich bin Bogusch und im Vergleich zu mir seid ihr alle Lusch. Schwach, aber wenigstens ein Reif. Einer Mu, einer mehr. Und zwar, ähm, haben wir vorhin beschlossen, und das habt ihr ja alle mitbekommen, weil die Mikrofone an waren, dass Shin als Neuling anfängt. Und die Kategorien sind die klassischen, die tollen Fußballstars, Vereine, also irgendwas mit Vereinen in der CT-Welt, Ketten zu Buzzer Dream Team, weil wir das alle gespielt haben, selbst Shin kurz, Superschüsse, also da geht's um die Special-Skill-Schüsse, logischerweise, und Nationalmannschaft, da geht's um Spiele und um Spielär. Ja. Ich würd' sagen, wenn ich anfangen darf, ich fang mal mit meiner besten Kategorie an. Dann muss ich die ja markieren, ne? Aber wir machen's, äh, einfach. Ich fang mal mit einer 100er-Frage an, und zwar mit Campswater Dream Team 100, mit meiner Kategorie. Okay. Muss ich eben wegstreichen. Wir machen doch eh alle, oder? Ja, wir machen eh alle. Okay, okay, sonst hätt ich's nicht genommen. So, und zwar... Er trägt in der Community scherzhaft den Namen Lord. Weiß ich gar nicht. Yes! Yes! Ich war der Erste! Yes! Das ist meine Frage! Das ist meine Frage! Jetzt musst du auch die Antwort als Frage geben, ne? Äh, wer ist Hanji Urabe? Das ist vollkommen richtig. Ja! Äh! Lord Urabe, natürlich. Ich hab noch nie gehört. Ich hab noch nie gehört. Ich werde jetzt immer Lord Urabe genannt. Oh! Also, jetzt muss ich die Antwort. Vor allem großer, großer Hype, als der, ich glaub, Wising Sun Urabe kam, der so richtig okay war, kurz. Ja, genau. Der so wirklich 20.000er-Werte hatte. Genau, da gab's ja einen, der mal ganz gut war, aber zwischendurch haben die irgendwie auch so, es gab doch diesen Valentinstags-Otah. Ja, zum Beispiel, dass jeder gute Korrektor, ja. Noch nie gehört. Lord Urabe. Das habt ihr euch ausgedacht. Noch nie gehört. Ja, jetzt kommt mir das bisschen bekannt vor. So, die 100 durchgestrichen, muss ich die Punkte geben. Dem Chat hat der Frage sehr gut gefallen. Das war eine hunderte Frage. Boah, okay. Das war nur eine hunderte, weil das wird oft, wenn ihr in den Kommentaren, ja, wenn jeder den einmal auf Reddit ist, also irgendwie Marco oder so, wisst ihr das auch. Ja, also wer wirklich mal auf Reddit war und irgendwas war mit Urabe, steht immer Lord Urabe dabei. So, sieht man auf dem Bildschirm. Ja, Urabe in der letzten Zeit ist, äh, Urabe ja auch nicht so. Ja, man sieht da eine durchgestrichene rote 100 und bei Shin steht aber noch nicht 100, glaube ich. Bei mir zumindest noch nicht. Hanji Guave. Sobald da die 100 steht. Doch, jetzt steht's. Jetzt steht die 100. Jetzt steht die 100. Äh, wie machen wir das? Äh, Shin nochmal oder wir gehen so lang, oder? Ne, der, der die Frage beantwortet hat, darf die nächste. Ja, okay. Weil letztes Mal haben wir ja abgewechselt gehabt, ne? Ja, aber jetzt sind wir ja. Ja, jetzt sind wir ja zu dritt, ne? Das stimmt. Ich, 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 ich würde sagen, ich mache Captain's Mother's Jill Team 2, oder? Das hat das so gut geklappt. Scheiße. Warum? Okay. Bogus, du hast gesagt, ich werde keine Frage richtig beantworten. Okay. Ganz schön geil. Captain's to Barzah Dream Team 200. Dieser Spieler hat insgesamt die höchste Gesamtstärke im Spiel. Stand jetzt, also stand gestern. Ich weiß ja gar nicht. Wo soll ich das wissen? Wer hat die höchste Gesamtstärke im Spiel? Ich riskiere es. Ja, du warst auch der Schnellste tatsächlich. Ja, ich muss riskieren, ne? Sonst werde ich es nicht schaffen. Du musst eine Antwort geben. Ja, wer ist Stefan Lewin? Ja. Jetzt muss ich tatsächlich nachschauen. Nein, 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 nein. Weil ich die Fragen natürlich nicht heute gemacht habe, sondern vor zwei, drei Tagen. Deswegen gucke ich nach, ob du tatsächlich recht hast. Äh, Players, Spielerliste. Weil heute kam ja, das steht, sag ich mal, äh, ne, der hat nicht die höchste Gesamtstärke laut der Liste. Ich weiß auch nicht, ob er schon drin ist. Aber er hat nicht die höchste Gesamtstärke. Ne, der hat 100 Pro nicht die höchste Gesamtstärke. Ne, ne, der kommt erst ziemlich weit hinten, weil der macht viel über seine Special hier. Fünf Prozent Kombination und so. Er hat nicht die höchste Gesamtstärke. Also, falsch. Minus 200 für dich. Ja, wenigstens. Und die Frage ist, die Frage ist jetzt aber für die anderen beiden noch offen, oder? Ja. Schinn hat gedrückt. Ich sag mal so, es geht ja nur um 200. Ja. Ich bin mir ziemlich, ich darf ja ganz kurz was sagen, oder? Ja, klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht zu wahr sein ist. Ich hab natürlich keine Ahnung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht zu wahr sein ist. Früher, als ich gespielt habe, waren es immer diese Brasilianer. Ich weiß, dass Bogus hat mir letztens erzählt, dass irgendein Deutschland-Banner rausgekommen ist. Und ich würde sagen, wer ist Karl-Heinz Schneider? I don't know. Das ist richtig. Die stärkste, die höchste Gesamtstärke hat tatsächlich der SDF Kalle Schneider. Und zwar, weil der nicht nur Verteidigung kann und physisch, sondern auch Sturm. Oh, ist das gar kein neuer? Ich dachte, das ist halt einer von den neuen Banner. Nee, das ist ein ziemlich altes Banner, was kam. Aber Bogus wollte da einen Spieler von. Oh, ja, ich wusste nur, dass Bogus hat erzählt, dass er mich geschmitzt hat. Aber ich dachte, da kann man drauf kommen, weil die stärksten Spieler sind doch SDF-Spieler. Und Kalle war halt der letzte SDF-Spieler. Ich wusste halt, dass es nicht mehr Michael ist, weil das habe ich irgendwann mal gefragt. Also es ist tatsächlich Kalle und Schneider. Als einzig Spieler hat er über 77.000 Gesamtstärke. Mizugi hat knapp 76.000. Mizugi? Da wäre ich ja die drauf gekommen. Wer war der letzte SDF mit Schneider? Schneider und Mizugi waren die SDFs im, wann war das? Juni, Juli? Juli, ne? August? Irgendwann im Sommer. Juli, glaube ich. Okay. Stimmt, danach kam Wakashimasu noch, also Juli gewesen sein. Sehr gut. Bogus hat gesagt, null Punkte für mich. Warten wir noch, dass Bogus das ändert. Sorry, Margin. Shen, du spielst doch geheim immer noch weiter, oder nicht? Ne, ich spiel, ich spiel, ich spiel, äh, ich mag Mizugi, ich liebe Mizugi, aber ich hätte es nicht gedacht, weil der sonst nie, oh, ich hab vergessen, Disney-AG abzuholen. Scheiße. Der, der es am wenigsten spielt, holt hier die CD-Dream-Team-Punkte. Das eine war geraten, das erste war halt meine Frage. Die Frage war ja extrem schwierig. Komm, nimm die 300er gleich. Oh ja, das stimmt tatsächlich, die war so ein bisschen für dich, ich dachte, die anderen wissen auch, aber da hast du vielleicht eine Chance, dachte ich. Ja, ich würde übrigens natürlich wirklich, äh, es geht weiter, sagt Nice, ich würde, äh, CT-Dream-Team 300 nehmen, weil es funktioniert ja so gut. Gut, dann könnt ihr einmal, oh, das ist jetzt schlecht, weil Bogus das Handy braucht, ne? Es ist eine Schätzfrage. Ich schreib's dir woanders denn halt. Ja, okay, wenn du's hinkriegst, ja. Ich weiß noch nicht, wo. Und zwar Schätzfrage, und wenn ich die vorgelesen hab, äh, schreib's doch einfach im Chat. Im Chat? Ja, ist okay. Ich will, wir, wir, ich schreib's schnell per WhatsApp. Ich schreib's dir hier bei Ellie, dann mach ich kurz mal ne Kamera, hier. Okay. Und zwar bitte nicht nachschauen, sondern innerhalb von so ein paar Sekunden bitte antworten. Und wo soll ich das schreiben? Einfach bei Discord privat? Ja, du kannst mir auch per WhatsApp einfach schreiben. Oh, warte, ich hab WhatsApp geöffnet. Das haben wir letztes Mal so gemacht. Ja, ich mach das, ja. Okay. So, und zwar, Schätzfrage. Wir haben ja auch einen Club, ne? Ja. Dies ist unser aktueller Clubrang. Was schätzt ihr? Wie viel gibt's denn maximal? Kasachnis? Dies ist unser aktueller Clubrang. Wenn man auf Club geht, steht ja auch immer Rang. Was ist unser Clubrang momentan? Okay. Ja, das ist okay. Ich hab dir was geschrieben. Keine Ahnung. Ich hab mal was geratet. Also, ich muss ein Fragezeichen posten. Oh, oh, oh. So. Okay. Hab ich. Ich hab einfach irgendwas geschrieben, keine Ahnung. Ey, ich hab keine von den Fragen jetzt gewusst. Was soll das? Die weiß ich auch nicht. Ist das nicht dein Ding? Okay, das ist krass. MVP und Bogusch haben mir dieselbe Antwort geschickt. Was? Ja, kriegen wir beide die Punkte. Und zwar, haben beide geteatet. Ich glaub, ihr habt die Frage falsch verstanden. Ja. So, wie falsch formuliert. Ey, Moment. Ja, nee, ihr habt's richtig. Ich überleg nur, wer natürlich... Nicht richtig, aber ihr seid natürlich am nächsten dran. Unser aktueller Clubrang ist 29. Oh, was? Ach, Clubrang. Ah, oh Gott. Ja, ich meinte, es ist der weltweite Rang wahrscheinlich. Ja, ich hab's falsch verstanden. Weltweiter Rang ist irgendwas 700... Keine Ahnung. Aber unser aktueller Clubrang ist tatsächlich 27 und beide haben richtig... Also, äh, 29, Entschuldigung. Und beide waren am nächsten dran, das wollte ich sagen. Wie machen wir das jetzt? Ja, jeder... Wie in echtem Japani, jeder kriegt die Punkte. Jeder kriegt die Punkte. Wer hätte ja schneller geschrieben? Notar, Notar, Notar entscheidet. Kingen beide dann die Punkte. Schneller geschrieben kann ich jetzt nicht gucken, weil beides um 20.21 Uhr war. Sehe ja keine... Oh, weil meine ganzen Punkte ich aufgeholt hab. Ja, beide. Ja, okay. Ja, beide kriegen die Punkte. Beide, beide dann 300. Und dann würde ich aber sagen, MVP darf weitermachen. Weil er führt, ne? Weil er in der Mitte halt ist. Und weil er... Oh, nee, dann Bogusch, weil der hinten liegt, ne? Ja, stimmt. Oder lieber den, der hinten liegt. Ja, ja, stimmt schon. Er ist ein bisschen fairer. Scheiß auf Dreamteam, jetzt mach ich mal... Nationalmannschaft 500. Ey. Ja. Nationalmannschaft 500. 500. Eieieiei. Oh, oh, oh. Ich hatte überhaupt Fragen. Okay. Diese... Seid ihr bereit? Ja. Ja. Diese Mannschaft sorgte für die letzte Niederlage eines japanischen U-Teams. In einem Freundschaftsspiel auch? Fuck. Auch Freundschaftsspiel? Vielleicht. Ich glaube, ich weiß. Aber es war kein Freundschaftsspiel. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Ich glaube, ich weiß es. Aber ich muss riskieren. Soll ich sagen? Es ist kein Freundschaftsspiel, ne? Ja, ich weiß schon, was das war. Das war gegen Australien. Okay. Fuck. Ich hätte es auch gewusst. Vollkommen richtig. Fuck. Weil Subasa halt nicht mitspielt. Australien. Ich hätte es gewusst. Japan führt erst ganz lange 1-0. Dann verletzt sich Genzo und am Ende verlieren sie 3-1. Oh nein, ich hätte es wissen müssen. Weißt du auch noch wann, Bogusch? Im Goldenberg. Oh nein, sag Fehler. Das war ein Gruppenspiel. Oh, Fliegel gibt keine Punkte, sag nein. Oh, wer ist Australien, heißt der. Wollt ihr mir das wirklich antun? Nicht nur Australien. Kommt auf den Notar, aber auch nicht so ernst genommen. Notar, verbann mich. Wenn ich noch einen Fehler mache, dann... Warte, warte, Bogus. Bogus, ich schätze, der Chat für den ist es okay, wenn du eine Stabs trägst. Oder wenn du das Opening von den Fußballstars singst. Wenn der Chat das will. Ich gebe mir erstmal die Punkte. Letzte Mahnung. Okay, letzte Mahnung, sagt er. Wer hat dieses scheiß Regel erfunden, dass man es in Frage vormachen muss? Das ist doch scheiße. Das verstehe ich auch nicht. Ich würde vermuten, die Erfinder von Jeopardy. Ein Besoffener hat das erfunden wahrscheinlich. Ja. Crash? Warst du's? Oder keine? Aber okay, eine Verwarnung reicht. Das nächste Mal gibt's Minus. Eine Verwarnung, eine Verwarnung. Ja, Minus nicht, dann gibt's Null. Minus müssen wir ja nicht machen. Oder? Nein, mach der Notar dann. Aber ich hab doch gefragt, Australien? Ja. Es ist schon okay, Bogus. Ja, ist okay. Bogus, du bist bei 600. Du führst Haus hoch. Haus hoch. Ich muss mir einen Spickzettel aufschreiben mit Frageform. Schass, das hätte ich, äh, 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 also, ich hatte die ganze Zeit den Kopf, Australien-Australien. Ich hab's mir nicht gebaut. Oh, Mann. Ich dachte tatsächlich, ihr kommt, er, oder ihr sagt erst, äh, irgendwie Bremen oder Bayern. Ich hätte fast Holland gesagt. Fast hätte ich Holland gesagt. Ja, ich auch. Ah, deswegen, ah, okay. Das hätte ich gesagt. Nee, nee, es gab diesen Australien-Spiel, ich hab mich auch dran erinnert, wo diese komischen, die dann auch später bei Dreamteam rausgekommen sind. Ja, oder? Ja, bei Australien gibt's noch nicht im Dreamteam. Nee? Ich dachte, das gab's immer noch nicht. Nee. Okay. Soweit sind die nicht. Ach, es gab nur die Ideen, beziehungsweise machen sie, glaube ich, noch nicht. So, dann darf Bogus aussuchen, weiter. Vereine 200. Vereine 200, scrollen, scrollen, scrollen. Oh. Ah, ist nicht so schwer. Diese Mannschaft verhinderte am letzten Spieltag die Meisterschaft von Real Madrid. Ja, Bogus war wieder der Schnellsteam. Ah, ich war nicht schnell. Ich weiß nicht, ob das am letzten Spieltag war, aber wer ist denn Numancia? Ja. Hätte ich auch genommen. Das ist richtig. Wer ist das komische Team von Michael? Ja, genau das. Ich hätte nicht, glaube ich, gesagt. Nicht nur Michael, ich auch Raphael auch, ne? Später noch. Stimmt, ja. Und Gott. Und Gott. Okay, Bogus, jetzt sieht's wieder besser aus für dich. Ja, jetzt schäme ich mich, dass ich einen Fehler gemacht hab und trotzdem die Punkte hab, aber egal. Ja, und der noch 500, ey. Und das war, soweit ich weiß, wirklich der letzte Spieltag. Könnte auch der vorletzte sein, aber ich meine, es wär der letzte. Dann ist das ja wieder eine ganz andere Sache. Ja, aber da wurde ja nichts verhindert dann. Gut, äh, weiter? Oder sieht man die Punkte? Ja, sieht man los. Ja, aber wenn du deine Punkte alle eingestellt hast, dann sag ich rein. Ja, 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 ja. Du musst da auch immer aufpassen, ob ich das aktualisiere, ne? Aber das sieht gut aus, ne? Ja. Ah, okay, das hab ich jetzt nicht offen. Das sieht aber gut aus. Ja, das Freie Report hab ich offen lassen. Da ich, da ich auf Symmetrie stehe, Superschüsse 200. Oh. Ich liebe Symmetrie. Superschüsse 200. Ich will den Namen eines Schusses, nicht den Spieler. So, dieser Schuss brach jeweils Müller und Wakabayashi die Hände. Oh, boh, ist immer zu schnell. Oh, boh, ist tatsächlich. Ja, was ist der Löwenschuss? Ja, das ist auch richtig. Ja, ein sehr kreativer Name. Du musst es wirklich so schnell. Ja, ich wollte jetzt nicht die Schwierigsten nehmen. Ich hab jetzt auch fast... Ich hab jetzt überlegt, wie der Schuss heißt. Er hat ja gar keinen. Ja, ja, klar. Weil Kreufort hat ja auch die Hände gebrochen, aber nicht von Müller, nur von Wakabayashi. Was ist mit dem Urabe-Schoß? Der bricht, glaube ich, gar nichts. Der geht unter die Latte direkt. Der bricht das eigene Bein. Was hättest du gemacht, wenn ich gesagt habe, was ist der Urabe-Schoß? Ja, Minuspunkte. Da hätte ich Bonuspunkte gegeben. Oh, das hab ich mir aus Versehen. Hunderten, nicht tausend gegeben. Insgesamt gegeben. Tausend Punkte pro Frage? Ja, tausend. So macht er das. So, Burgos, bitte die nächste Frage aussuchen. Ja, ich muss doch aktualisieren. Warte doch. So, okay. Was? Ach, das ist ja nicht symmetrisch, weil ja Nationalmannschaft 500 Jahre gekommen ist. Ich mach ein Kreuz. Aber wir müssen alle Fragen spielen. Deswegen mach ich ruhig CT Dream Team 400. CT Dream Team 400. Ich muss gucken. Gleich, Martin, gleich. Oh. Dieser Spieler war der erste Spieler mit dem Passiv-Autoabfang. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wer war der erste Spieler mit Autoabfang im Spiel? Ich hab keine Ahnung. Ich hab eine Vermutung. Ich hab eine Vermutung. Ich hab nur eine Vermutung. Aber ich spiel's ehrlich. Ich warte jetzt zwei, drei Sekunden. Und dann frage ich den Chat, soll ich einen Tipp geben? Soll ich einen Tipp geben, Chat? Ich weiß nicht, ob ich einen Tipp helfen kann. Ich weiß das gar nicht. Ich überlege auch gerade. Nee. Quash sagt ja. Was sagt der Notar? Soll ich einen Tipp geben? Ja. Okay. Zwei Ja's. Ja, gut. Einen Tipp. Es ist tatsächlich ein Dreamfest-Spieler. Ja, das dachte ich mir schon. Und ziemlich alt. Ja, das dachte ich mir schon. Und ziemlich alt. Dann ist meine Vermutung vielleicht richtig. Aber ich tipp das nicht. Ich tipp's auch nicht. Hm. Hm? Okay, dann. Drei. Zwo. Eins. Ich dachte tatsächlich, als ich die Frage mir überlegte. Ich hab zum Glück nochmal nachgecheckt, dass es Bunako gewesen wäre. Oh. Ich dachte, es wäre... Ja, was dachtest du? Ich dachte, bevor du Dreamfest hast, wäre der hässliche Mist gewesen, weil den jeder da gestiziert hat. Nee. Nee. Der hatte kein Auto bekommen. Nee. Okay. Nee. Nee. Es war tatsächlich ziemlich früh auch. Und noch eher als Bunako. Ich dachte, der war später erst. Der rote Dreamfest-Karls. Der war der Erste. Der war der Erste. Hat der das nicht erst bekommen, als er überarbeitet wurde? Okay. Nee. Der ist ja noch nicht richtig überarbeitet. Ja, der wurde aber schon mal. Das war tatsächlich der Erste. Und der hatte sich nicht durchgesetzt. Ich weiß, Bunako hatte das auf jeden Fall damals auch. Und da haben sich alle aufgeregt. Aber da haben sich vor allem... Deswegen dachte ich halt, der wäre der Erste. Aber nach Datum habe ich geguckt, auch wie die 18er-Version von Karls war. Da hatte der das auch schon. Und es haben sich bei Karls weniger aufgeregt, weil da damals, glaube ich, noch defensives Mittelfeld war. Wer ist Hermann Karls? Wer ist Hermann Karls? Das Problem ist, den Karls habe ich damals... Ich habe den zwei Jahre später erst bekommen. Also für mich war das... Wenige hatten ihn. Und tatsächlich, Bunako hat mehr Leute aufgeregt, weil Bunako Verteidiger war. Und damals war Autoabfall stärker auf Verteidiger als defensiv. Und Bunako hatte, glaube ich, 100% Auslösung. Karls war irgendwie 70%. Ich glaube, jetzt hat er 80. Oder 80. Aber wurde ja zwischendurch überarbeitet. Auf jeden Fall, Karls war der Erste. Gut, dass ich nicht... Und war der hier im Take. So, okay, jetzt... So, wer das jetzt... Dann dürfte der Gäste, würde ich sagen, MVP. Der hatte noch nie gemacht, ne? Ja, mach mal MVP. Ah, okay. Achso, ich muss doch die Frage wegmachen. Ja, das war CT Dream Team 400. Weiß nicht, die Scheißfragen sind nicht weg. So, das dürfte jetzt aktualisiert sein. Da, 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 da. Okay. Sehr gut. Ja? Ja. MVP ist, ne? Dann nehme ich jetzt mal die tollen Fußballstars 500. Was? Oh. Oh, da muss ich mal eben scrollen, wo habe ich die Kategorie? Bin ich aber auch nicht mehr so frisch drin. Ich auch nicht. Jetzt genau aufpassen. Diese Person war der erste Charakter, der in der Serie sprach und nicht zur Familie Ozora gehört. Wer hatte also eine erste Sprechrolle und gehört nicht zur Familie Ozora? Wo soll ich das wissen? Das riskiere ich nicht, tut mir leid, ne? Ich gebe einen Tipp, die ersten beiden zu Baza und die Mutter sind die ersten, die sprechen und dann kommt ein Charakter, der spricht auch. Als nächstes, wen suche ich? Ich glaube, ich weiß, wer es ist. LKW-Fahrer. Fuck, ich glaube, ich weiß, was es ist. Entdrück doch da. Äh, hier, tipp doch. Komm. Gibt es noch einen Tipp, Liga? Nein. Ich warte erst mal und dann gebe ich vielleicht noch einen Tipp. Die Leute kommen schon, weißt du das, Schick? Ich muss mal über... Charakter, den ich zu den Ozoras gehört. Oh Gott, wenn du schon so eine Frage stellst, kann das ja nur eine sein. Wenn ich den Tipp gebe, wird es, glaube ich, sehr einfach. Zu riskant. Ich führe zu riskant. Hm. Deswegen überlege ich mir gerade nicht so einen guten Tipp zu geben. Mir fällt nur ein einfacher ein, deswegen probiere ich es mal. Äh, ich gebe einen Tipp. Äh, der Charakter hat noch eine relativ wichtige Rolle in der Grundschul-Arc. Ne. Das machen wir auch nicht. Ja, Shin. Oh Gott, ich habe eine richtig dumme Idee. Wer ist Manabu? Das ist leider falsch. Nein. Darf ich... Ich habe einen Tipp, aber das will ich nicht offiziell machen. Okay, im MVP willst du noch, sonst schließe ich die Frage. Ja, warte, warte. Oh, Schick lacht mich aus. Ich habe auch eine Vermutung, aber... Ich vermute mal, ich schließe die Frage, wenn ich vermute. Meine Vermutung ist Genso. Auch nicht richtig. Ich jetztacki. Auch nicht richtig. Und zwar, als Tsubasa ums. Rennt jemand ihm hinterher und sagt, Tsubasa, Tsubasa. Ja, aber das war zu schwierig, ja. Jetzt, wo du es sagst. Deswegen auch eine 500er-Frage. Okay. Ja, aber ganz ehrlich, aber Manabu war, glaube ich, der Erste von diesen Leuten, als er da angegangen ist, der was gesagt hat. Scheiße. Aber das war auch so eine Sache, das habe ich mich mal gefragt. Hieß es dann, dass Tsubasa quasi in der Nähe von Musashi gelebt hat? Oder Yayoi ist auch gut. Irgendwo wurde mal erklärt, aber ich weiß auch nicht mehr, was es genau war. Ah, okay, weiß ich nicht mehr. Ja, es ist tatsächlich, Yayoi rennt dann so hinterher, hinter den Umzugswagen. Pflege, Pflege. Ja, bitte. Stell nochmal die Frage, die du gefragt hast. Diese Person war der erste Charakter, der in der Serie sprach und nicht zur Familie Ozora gehört. Ah, okay. Nicht durchgehen. Okay. Ich bin bei mir, ich bin der Einziger bei mir, das ist durch, da muss immer ein bisschen mehr Risiko gehen. Lieber Kicktipp, einmal Fehler machen wir Risiko. Aber mein MVP will mich hier diskreditieren. Nee, nee, ich wollte mal gucken. Dann würde ich sagen, wie bitte? Ihr kennt das ja von letztes Mal, von wo? Ja, okay, dann, ich gebe nicht die Lösung direkt. Ja, ich höre wirklich nur um Anime. Oh fuck, deswegen habe ich auch gesagt, in der Serie. Sieht doch mal, die Kategorie, auch die tollen Fußballstars, das war ja die Serie. Ja, ja, er hat recht, 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 er hat recht. Ja, im Manga spricht keiner, da hört man nichts, aber gut. Das kommt auch noch dazu. Ich habe eine Sekunde Zeit, kann ich mal kurz gucken, wer der Erste ist im Manga. Kannst du gerne machen. Das würde mich auch mal interessieren. Kann ich ja nichts sagen, ah, doch kann ich im Chat posten, oder? Direkt geclaimt, das Video von Takahashi. Gib mir mal eine Sekunde. Oh Mann, ey, wie ist denn das? Ich will es doch nicht auf Spanisch lesen. Geht doch auf Manga Kakalot. Bin jetzt auf Manga-Deck, so. Das, das, Familie Ozora. Ja, hast du, Sweetie, leider. Familie Ozora. Bellamy. Wir haben es heraus, ach ne, Empower, ne, war es. Wir haben es herausgefunden. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendeinem, ich glaube Margin war es, ne? Ähm, äh, der Erste nicht zu Baza-Figur, der Erste nicht zu Zora, ist, äh, irgendein Redner-Maid. Jemand, der eine Sprechblase hat, ne? Ah, okay. Äh, Ishizaki. Dann. Okay. Okay. Vielleicht war das Redner-Mädchen dann ja, joi, später für die Serie. Ich poste es mal. Ah, der hat Kali jetzt auch geschrieben. Okay. Ich hätte jetzt aber auch nicht ein random Mädchen genommen, sondern schon natürlich nie jemanden. Ja, dann wäre es Ishizaki gewesen. Dann wäre es Ishizaki, okay. Never mind. Ich wollte erst als Tipp geben, die Person ist weiblich. Hättest du als Tipp gegeben, die Person wurde mal geschlagen, hätte ich garantiert Genstow dann gesagt. Stimmt, das hätte ich sagen. Fliege, ich will jetzt die nächste Kategorie auswählen. Äh, ist MVP nicht? Ach ne. Da war MVP gewalt. Ja, dann, äh, Shin. Dann von mir auch Shin. Dream Team 500. Dann bin ich weg, die Kategorie. So, dann gucken wir. Oh. Dieser Spieler hat den Skill mit dem höchsten Momentum. Gibt keine Passiv, etc. Ah, okay. Eine höchste Momentum. Muss ich kurz rechnen. Ohne jetzt Full Body Stand und so. Dieser Spieler hat den Skill mit dem höchsten Momentum. Also ohne, ohne Full Body. Ohne Full Body. Aber da gibt es noch mehr, wenn man was last so viel oder nicht. Wenn ich jetzt auch in der Spieler-Datenbank, äh, wenn ich in der Spieler-Datenbank reinkomme, Ah, ich dachte, es gibt mehrere. Dann, es gibt ein Spieler, der hat den höchsten Momentum mit einem Spiel. Komisch, okay, dann weiß ich das nicht. Den skippt. Ohne irgendwelche Bonusfaktoren. Reines Momentum. Ich dachte, es gibt mehrere, dann bin ich falsch. Kannst du irgendwas, äh, Keine Ahnung. Ist das ein Torwart? Ist das ein Spieler? Ich hab keine Ahnung. Soll ich euch einen Tipp geben? Ja. Es ist ein Torwart. Torwart? Ja, toll, das hab ich schon gedacht. Es ist ein Torwart. Dann gibt's nur drei, die das sein können. Ein Glück. Und es ist der einzige Spieler, der ein Momentum über 600 hat. 600? Nee, das kenn ich nicht. Über 600. Ich sag euch das Momentum, 600, 650 ist das Momentum. Das kann ich sein. Das ist nicht. Ich riskiere es. Ich hab dir einen schon ganz lange gepostet. Ja, wirklich. Achso, das warst du. Gott sei Dank, ich hab den Namen von der Technik richtig gut. Ah, Gott sei Dank. Den Namen der Technik brauch ich auch nicht. Ich such den Spieler. Den Namen des Spielers. So, Shin. Ja, aber ich sag's doch bestimmt falsch. Ich sag jetzt einfach, äh, das kann ja nicht richtig sein, sonst werden die 500 Fragen, aber ich muss ja riskieren. Wer ist gern zum Akamayashi? Ich hab's. Er ist nicht Akamayashi. Auch wenn ich jetzt 500 verliere, dann wird's wenigstens immer spannend. Soll ich eine Eins posten? Ja, hast du schon. Hast du schon. Von mir aus eröffne ich dich jetzt. Taichi Nakanishi. Es ist nicht Akamayashi. Er ist richtig. Fickt euch. Warum? Was? Hä, warum? Es gibt nämlich den Skill von Nakanishi, Powerhouse auf Naniwa EX, beziehungsweise Kraftpaket von Naniwa. Das hat 650. Verbraucht aber auch, ja, und das verbraucht aber auch 660 Energie. Dass ich mit Nakanishi nicht recht habe. Es gibt immer noch Leute, die Nakanishi halt auf der Bank haben, aber der ist so schlecht insgesamt, der hilft sein Momentum auch nicht eigentlich. Ja, der wurde, es gab mal eine ganz kurze Phase, der war Mittelschule, Meta, und da hatten alle Nakanishi für die erste Halbzeit, weil du kannst einmal dieses Kraftpaket machen und den hat der 100 Pro dann gehalten. Hab ich eine Frage? Oder weggefaustet, ja. Das ist mal, nice, ich muss ja jetzt auch, ich muss ja jetzt auch. Ja, ich krieg keine Punkte, ich hab keine Foto, hab ich eine Frage gestellt. Oh, das weiß ich nicht. Okay, okay, eine Tanne. Der Chat sagt, du musst Tanne trinken. Tanne trinken, dann kriegst du die Punkte. Okay, äh, keine Ahnung, wie ich jetzt noch gewinnen soll. Aber ich dachte tatsächlich auch erst, so ein 510er-Skale von Michael. Ich hab keine Frage gestellt, also keine Punkte. Keine, keine, du gibst dir keine Punkte. Tanne sagt der Chat und du kriegst eine Punkte. Ich hab keine Tanne. Tanne? Tanne? Ich hab keine Tanne. Dann, äh, fliege. Krieg dadurch, möchte ich bitte nur auf minus 499. Ach so, du hast falsche Antworten, das hab ich ja auch vergessen. Aber gut, wenn du eine Tanne trinkst, dann alles gut. Dann kriegst du keine Minuspunkte. Ach, schade, ey. Wieso kann ich keine Fragen stellen, ey? Wer ist jetzt überhaupt dran als nächstes? Dann würde ich Bogus. Ach nee, Bogus hat ja auch recht, ne? Ja, aber. Ja, Bogus. Er kriegt nur keine Punkte. Ja, aber Bogus, er kriegt. Was hat Kassbo? Das hab ich niemals genommen. Ach so, dann die nächste Frage, ne? Nämlich Nationalmannschaft 300. Nämlich Nationalmannschaft 300. Oh, dat ist machbar. Fragestelle, erinnert mich bitte. Diese Nationalmannschaft hat neben Japan für das Olympische Turnier keine Ü23-Spieler nominiert. Ja, Kylie, das bringt mir nix, weil wir von der Serie reden. Das ist schön. Und das hat Schindlein doch auch grad gesagt. Ich bin, glaube ich, fehl am Platze hier, du. So, Bogus. Wer ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft? Ja, das ist richtig. Ja. Deutschland ist die einzige. Das hätte ich gewusst, außerweise mal. Ah, ich auch. Aber ich bin zu langsam. Ich mach mir die Punkte. Moment. Was ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft? Das ist ja das. Ja, das ist okay. Ne, ich würde sagen, dafür gibt es minus 200. Du bist doch Deutschlehrer. Ja, deswegen ja. Ich sehe schon so viel Quatsch. Von daher ist das okay. Schind fehlen noch minus 500 Punkte von der Frage zuvor, schreibt der Chat. Als er gesagt hat, wer ist Genzo? Also nicht nur eigentlich. Ja, jetzt stell dir mal vor, Bogus, ein Zensum mit 650 Momentum, dann können wir das Spiel auch gleich sein. Aber Nacken nicht so viel, das hätte ich nicht gedacht. Unglaublich. Dafür kann er es halt nur einmal machen. Der hat 800 Energie und einmal macht er es, dann ist er vorbei. Und er kriegt doch durch die, er hat doch auch diesen Full-Body-Stand oder sowas, oder? Ne, ich glaube, das hat er nicht. Aber er hat irgendwas, das ist aber auch das. Ja, das stimmt. Ja, der ist halt, einmal kann er alles wegfausten, immer die Levels von ihm, also die Stärke ist so schlecht, da geht halt trotzdem inzwischen alles rein. Nice, bitte nicht sagen. Bogus, du hast die nächste Frage gestellt. Moment. Hast du schon die 100 gegeben? Achso, Entschuldigung. 100 Minuspunkte, oder? 300? Was meinst du? Minus. Er hat doch Genzo falsch beantwortet. Habe ich das nicht gemacht? Na gut, dann kriegt er. Ich weiß, das hätte ich nicht machen dürfen. Ich habe einen Fehler gemacht. Oh, das wusste ich gar nicht, dass das nicht geht. Ich dachte, du kriegst dann zumindest 0, oder? Und wie viel kriegt er jetzt? Wie viel hat er jetzt? Minus 300, oder? Minus 700. Minus 700. Das stimmt. Ja. Wenn wir fair sind, ja. Einfach nur, weil ich geraten habe. Ja, aber du darfst die Finalfrage dann einfach auf Spaß auch machen. Ah, okay. Es dauert doch noch. Vielleicht kommt er noch raus da. Okay, ja gut. Das ist die nächste Frage. Okay. Auf dem Loch. Ich kann doch minus 700. Dann bin ich am Ende auf minus 1400. Ich nehme die tollen Fußballstars 100. Oh, das ist... Das kriegt ihr hin. Dies sind die Farben des Nankatsu-Logos. Ich bin farbenblend. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, oder? Jeder kennt doch das Nankatsu N und die Farben, die dann da. Ja, okay, bei dir ist natürlich... Ich habe doch schon... Achso, du hast es schon lange gedrückt. Du hast es schon lange gedrückt. Du hast es schon lange gedrückt. Grün und Gelb. Ja, was ist Grün und Gelb? Was ist Grün und Gelb? Was ist Grün und Gelb ist richtig. Was ist Grün und Gelb ist richtig. Also... Ich weiß nicht, ob das Grün oder Braun ist. Deswegen keine Ahnung. Das Problem ist, dass der Nikolaus dieselbe Farbe im Chat hat bei mir wie du. Deswegen... Ich habe jetzt nur auf die Farben geachtet. Das tut mir leid. Alles gut. Ja, du warst ja... Du warst eh da schnell. Ja, hatte eh niemand anderes gepostet. Das weiß ich, weil Animes & More das damals verkauft hat. Margins damalige Affäre. Ah, okay. Weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ja, wusste schon. Hat Animes & More mir gesagt. So, minus 600 nur noch. Das ist mit der Behindertenbeleidigung eine Farbenfrage zu fragen. Für eine 100. Wir machen jetzt mal einfach. Für eine 100. Warte, ich muss erst mal die Punkte noch bekommen. Habe ich doch schon, oder? Aber sieht man gleich, glaube ich. Nee, wir sind noch minus 700. Okay, wir kommen gleich. Jetzt ist da, okay. Vereine 100. Das ist was Einfaches. Das ist ja auch eine Hunderter, ne? Dieser Spieler kriegt im Verein die Rückennummer 0. Ja, Bogusch ist der Schnellste. Wer ist Naturrese? Ja, vollkommen richtig. Wie ist der Vorname? Wie ist der Vorname? Der hat keinen Vornamen. Der heißt Naturrese. Ja, der heißt so. Ich weiß, das wollte ich nur ärgern. Das hat nicht geklappt. Naturrese Santos. Und solange ich den Namen erkenne, ist es okay. Wer ist ja mein Kölz? Ich google jetzt. Wenn er jetzt sagt. Ist ja ein toller Verein, der Naturrese, du. Hammer. Dieser Spieler trägt im Verein die Rückennummer 0. Die Kategorie heißt Vereine. Da geht es doch um meinen Verein. Hat gepasst, keine Sorge. Die Rückennummer im Verein. Ja, okay. Ah, ja, ja. Dieser MVP, ey. Ach so, ich bin dran, ne? Rachtest du gleich aus. Nehme ich mal Nationalmannschaft 200. Ah, ha, 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 ha. Oh, es wäre eine Schätztfrage. Ja, die Kategorie. Ja, okay. So. So viele Tore kassierte Japan während der U16-WM im Manga und Elfmeterschießen ist ausgenommen. Also nur im offiziellen Turnier, oder? Also keine Elfmeterschießen. Nur im offiziellen Turnier. Während der U16-WM im Manga. Wie viele Tore kassierte Japan? Und das Elfmeterschießen gegen Frankreich, das wissen wir alle, die Tore zählen nicht. Das Elfmeterschießen. Nur reguläre Spielzeit. Jo, hab schon getippt. Bestimmt wieder richtig. Jo. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich will jetzt. Okay. Ich sag mal eure Antworten. Ja. Shin sagt 6. MVP sagt 4. Bogusch sagt 10. Ich geh mal die Tore durch. So. Eins kassierte Japan im Eröffnungsspiel von Japan quasi gegen Italien. Ja, das hab ich im Kopf gehabt. Vier kassierte Japan gegen Argentinien im Manga. Oh, fuck. In der Serie sind es tatsächlich drei. Im Manga sind es vier. Oh, ja. Ich hab Argentinien vergessen. Ja, Bogus hat gewonnen. Das ist das. Dann kassierte Japan tatsächlich gegen Frankreich auch vier Tore im Manga. Das wusste ich, ja. Bevor es zum Elfmeterschießen kam. Und zwei dann nochmal bei Deutschland macht insgesamt elf Tore. Ich hab einfach Argentinien vergessen als Spiel. Ja, das passiert. War das die 200er-Frage? Das war die 200er-Frage. Schätzfrage will ich nicht so hoch machen. Weil, kann man halt jetzt. Eine gute Frage. Die war gut. Bogus, jetzt musst du raten. Ja, ich hab keine Pause. Ja, nice. Bogus machst du es nackig. Ist auch okay. Ach so, egal. Da war ich bei 7 und 2 Fragen. Da schäge ich dir keine Punkte. Wir machen eine Schätzfrage. Doch, du kriegst die Punkte natürlich. Du warst am nächsten dran tatsächlich. Ich hätte aber auch nicht gewusst, dass, ohne nachzuschauen natürlich, dass Argentinien vier Tore waren. Ich dachte auch drei. Ich hab mit drei gerechnet. Ich hätte Frankreich vier Tore. Ich dachte auch, das waren weniger. Ich dachte auch drei. Und gegen Deutschland dachte ich aber auch drei. Also Argentinien war 4-5 für Japan. Frankreich war 4-4. Deutschland war 2-3. Und Italien war, glaube ich, 1-2. Genau. Ich hab ein Tor gegen Italien im Kopf gehabt. Und zwei gegen Deutschland. Oh, schön, hast du eine Affäre? Ja, du warst ja noch eine Freundin. Ui, okay. Ja. Oha. Und dann gab es drei gegen Frankreich. Hat er wieder drei gefangen. Und dachte, ja, waren ja nur drei Spiele. Scheiß Dias. Gut. Okay. Und dann bin ich wieder drin, ne? Dann die tollen Fußballstars 300. Die tollen Fußballstars 300. So. Dieser Spieler schoss das erste sichtbare Tor in der Serie. Sichtbare Tor. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Shin, ja? Darf ich kurz was fragen? Du hast doch schon getippt. Ja, darfst du. Aber du darfst auch was fragen, falls das nicht zu weit geht. Ganz antwortlich. Wer ist Roberto Hongo? Ne, ist falsch. Was? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ist aber falsch. Okay. Ich hab keine Ahnung. Okay, jetzt da. Was? Noch mal die Frage. Dieser Spieler schoss das erste sichtbare Tor in der Serie. Ja, ich weiß schon. Ich glaube, ich weiß, welcher Spieler es ist, aber... Sorry, da ist... Da will ich jetzt mal nachgucken. Ich weiß, was du nachgucken willst, ne? Und guck dir mal alles davon an. Ist für dich das Intro auch die Serie? Gehört das zu einer Serien-Intro? Finde ich auch. Aber ich weiß, trotzdem... Ja, egal. Du dummer Wichser. Egal. Du dummer Wichser, das ist ein Tipp. Das kriegen die Tipp. Ich hasse dich. Aber du warst auch auf den Dampfer, oder, Shin? Die Punkte stoppe ich jetzt nicht ab, ne? Ja. Ja, ja. So, ich wollte mal gucken, wer nämlich die letzten Wochen den Talk zugehört hat. Es ist tatsächlich Kisugi Teppei. Hongo macht im Intro am Ende ein Tor, aber Kisugi macht in der Mitte des Intros schon das Tor. Ja, aber du verstehst, in den Episoden selbst ist es... Ich hab ja nix von Episoden gesagt, oder? Oh, Mann, ey. Ja, aber das ist eine nette Frage. Ich wusste nicht, wie ich es vernünftig formulieren soll. Deswegen hab ich nicht ein paar Tor in der Serie gesagt. Aber hey... Und weil wir das die letzten Wochen schon ein paar Mal gesagt hatten, tatsächlich. Immerhin war meine Antwort nicht total scheiße. Nee, ich glaub, ich hab's sogar gesagt, als MVP und ich der Jeopardy hatten, ne? Ja. Oh. Letzte Woche hab ich's, glaub ich, auch nochmal gesagt, oder so. Ja, die 500... Ey, komm, die Jäu-Frage war noch schwieriger. So nice, mein Ziel ist es auf minus 2000. Ich hab das mit Teppei ja schon ein paar Mal erwähnt gehabt. Minus 2000, mein Ziel. Ich hab dir schon die Punkte gegeben. War doch noch 1000. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß. Nächste. Niemand hat gemacht. Niemand hat gemacht, dann würd ich sagen, wegen wenigsten Punkte... Superschüsse 100. Ja. Superschüsse 100. Das wisst ihr alle. Dies ist der deutsche Name des Topspins in der Serie. Ach fuck, ich war zu spät. Shin. Du warst der Schnellste. Shin? Hallo? Ja, Julia. Scheiße. Geil. Fünf. Vier. Drei. Was ist der... Topspit? Ich bin dran. Danke, dass du eine Frage formuliert hast. Fast hätte ich keine Frage formuliert. Was ist der Drillschuss aka der Distanzschuss? Weißt du warum? Weißt du warum? Ich hab im Kopf und überlegt... Ich hab halt nur den fucking Manga gelesen 20 Mal. Da heißt der halt Topspit. Welche? Deswegen der eingedeutschte Name. Das ist der deutsche Name des Topspins. Ja, ich weiß. War das Superschüsse 100? Und deswegen... Okay. Ja. Und deswegen, ich vergesse ich auch immer, wie Geet und so heißen, weil die halt im Manga den richtigen Namen haben. Aber man kennt's ja, ne? Überall war Topspin und als kleines Kind kennt man ihn nur als Drillschuss. Und da war ich immer verwirrt. Was ist denn jetzt dieser Topspin? Das wäre witzig, wenn's richtig gewesen wäre. Aber da wärst du eher die 5... Reche 5 Hunderter. Ne, wenn... Wie ist der deutsche Name des Topspins? Topspin. Das wäre eine 500er. So, ich bin wieder dran, oder? Dann kommt jetzt Superschön 300. Oh, jetzt genau zuhören. Das ist eine scheiß komplizierte Frage, weil ich die unbedingt reinnehmen wollte. So, genau zuhören. Dies ist der erste erfolgreiche... Ich hab's. Brauchst ihn mal weiterzulesen. Ich lese einfach mal vor. Dies ist der erste erfolgreicher benannte Solo-Superschuss. Ich lese für die anderen vor und dann darfst du drücken. Dies ist der erste erfolgreich benannte Solo-Superschuss, der zu einem Tor in einem offiziellen Spiel führt. Ich hab die Frage nicht verstanden. Was? Ich dachte, du wolltest was anderes fragen. Dies ist der erste... Deswegen. Dies ist der erste erfolgreich benannte... Also, der Schuss hat einen Namen. Das meine ich damit. Solo-Superschuss. Also, auch keine Kombitechnik, der zu einem Tor in einem offiziellen Spiel führt. Was ist der Tegerschuss? Ist falsch. Ich hab eine andere Frage jetzt gedacht, weil du so komisch begonnen hast. Ja, deswegen, bis zum Ende zuhört. Hullschuss, oder? Das ist der erste erfolgreich benannte Solo-Superschuss, der zu einem Tor in einem offiziellen Spiel führt. Chin ist der Nächste, ja? Was ist der Falkenschuss? Ja, das ist richtig. Der Falkenschuss ist der erste wirkliche Superschuss, den wir kennenlernen. Ich dachte auch, Bogus, ich hab sofort gedrückt, ich dachte, der Triangelschuss. So verstehst du dir der. Ja, ich wollte keine Kombi... Weil in Grundschule waren die ganzen Schüsse, da gibt's schon Superschüsse, aber die sind nicht benannt. Genau, genau. Der Fallrückzieher heißt nicht Overt... Ja, ja, genau, genau, genau. Und Falkenschuss ist wirklich der erste Superschuss. Topspin kommt später, den kriegt er ja erst gegen Gito hin. Genau. Und Tigerschuss kommt erst im Finale, weil Juga ja nicht spielt. Und ich glaube, der zweite ist der Adlerschuss, oder? Könnte sein. Nee, könnte gut sein. Nee, der zweite ist der Soderschuss, der Rasiermesserschuss. Das könnte auch sein. Das war Superschiffe 300, ne? Das könnte aber sehr gut sein. Ja, das war tatsächlich der Falkenschuss. Hab ich extra für Crash reingemacht, weil nicht da so scheiße ist. Ich hab mal was richtig beantwortet. Ich darf nicht zu übermütig werden jetzt, okay. Naja, booste doch 2.000 Vorsprung von mir und 1.100 vor allem. Okay. Gut, dann bist du ja drin. Ich glaube, das war es jetzt auch mit komplizierten Fragen. Eine kompliziertere kommt noch da bis zum Ende. Nationalmannschaft 100, möchte ich bitte. Nationalmannschaft 100. Ich wäre aber ganz ruhig und ganz langsam. Die ist nicht schwer. So. Es geht, wie gesagt, um Spieler und um Mannschaften bei Nationalmannschaften, um Internationales, ne? Er erzielte ein Tor gegen Gensu Wakabayashi von circa der Mittellinie aus im Manga. Ja, Bogusch war der Schnellste. Wer ist Shunko Sho? Ja. Deswegen hab ich noch im Manga gesagt, weil Schneider macht's ja auch irgendwie. Hätte es gereicht, wenn ich gesagt hätte, hättest du Kong gesagt, hätte ich's auch sehen lassen. Wer ist der fette Chinese? Hätte es gereicht. Dann müsste ich meinen Lieferdienst hier anfragen, wie der heißt, weil ich weiß nicht, wie der anheißt. Ist der nicht fett? Nein. Ist das fett? Nein. Kong ist muskulös. Im Gegensatz zu Jito ist Kong muskulös. Okay. Ich nenn ihn immer Kong. Ja, der hieß früher. Weil ich glaub, im Manga hieß er Kong, ne? Oder früher bei euch im Ding. Deswegen sag ich immer Kong. Aber vollkommen richtig. Und der Einzige, der auch von der Mittellinie ein Tor gegen Wakabayashi macht, wo er halt auch im Tor steht, ne? Machst du dir 200 vor? Nee, kein Bock. Ich mach mal Vereine 400. Vereine 400. Oh, das ist falsche Kategorie. Wo hab ich die Vereine? Da. Machbar. Er ist der Kapitän von Barcelona. Oh, Bogus, der Schnellste. Wer ist... Oh, verwechsel ich das hoffentlich wieder. Grandios. Oh, gut. Das ist richtig. Nicht Rival. Nicht Pujol. Es ist... Oh, ich hör dich. Ich wollt' erst Juventus nehmen, aber ich glaub, das wär zu schwierig gewesen. Wer ist der hässliche Typ? Von Juventus? Wer ist der hässliche Typ mit... Ja, ist das... Das wär Delpy gewesen. Das wollt' ich auch nicht gewusst. 400 vor allem. Wer ist der hässliche Typ mit der Schlangentechnik? Ja, von Seca. Von Seca ist das, ne? Ja, den mag ich. Aber viele denken natürlich, es ist die Baul, ne? Ich hätte fast immer wohl gesagt, bis ich nachher... Aber er ist er nicht. Ja. Oder Pujol vielleicht. Pajol. Aber ich glaub, ich hätte Pajol gesagt. Also, ja, ist ganz gut. Zu Barca ist es wahrscheinlich nächste Saison. So, kennt Mani. Bogus, du hast noch eine Frage? Die nächste Frage... Moment, was ist... Ähm... Ja, Vereine 300. Oh, das ist die letzte kompliziertere. Also, bitte genau zuhören. So. So viele Bundesliga-Mannschaften gibt es in der offiziellen Ketten zur Baser-Welt. Und da meine ich Mangas und Spin-Off von Mangas. Keine Videospiele. Hm. Wie viele Bundesliga-Mannschaften gibt es in der offiziellen... Achso. Ich wollte noch mal vorlesen. Ja, Bogus. Nein, es ist keine Schätzfrage. Ich will nur eine genaue Zahl. Nein, es ist keine Schätzfrage. Es ist dann acht. Neun, hast du gesagt? Dann sagst du acht. Ist auch falsch. Beziehungsweise, es ist falsch. Acht ist falsch. Aber was mit neun, die gesagt haben? Was heißt... Pass auf, Flieger. Was heißt... Jede, die einmal nur vorkommt. Die einmal vorkommt. Die ist in der Welt von Ketten zu Basel. Und die erwähnt wird. Die gibt's halt in der... Die wird erwähnt. Und du erzählst Hannover 96 als Bundesliga? Naja, ich hab nachgeguckt wegen dem Australien-Torwart. Ich hab nur herausgefunden tatsächlich, dass der bei einer unbekannten deutschen Mannschaft spielt. Also Hannover, du willst darauf hinaus, hab ich nicht gezählt. Okay, okay. Weil ich hab keine offizielle Quelle gefunden. Soll ich's riskieren? Warte, bitte, Chatfragen. Soll ich's riskieren? Ich seh grad, weil ich doof bin, das wär tatsächlich ne Schätzfrage gewesen. Ja, das klang aus, in der Schätzfrage. Ja, das... Ich hab, ich hab da Schätzfrage nicht fett gemacht. Bei den anderen hab ich's fett gemacht. Deswegen hab ich's jetzt überlesen. Das ist doof. Weil die ist halt echt schwer. Okay, ja, ja. Deswegen hatte ich's als Schätzfrage bei 300 nur drin. Ich bin mir halt auch nicht ganz sicher. Ich glaub, ich würd was sagen, wenn du... Wir können ja das noch als Schätzfrage machen. Und Bogusch hat die 8 eingeloggt. Das ist ne gute Idee, ja. Ja, du hast so viel Vorsprung. Du hast so viel Vorsprung. Neu, neu. Ja, macht euch. Tipp mir was und dann... Vielleicht ist Bogusch ja immer noch wichtig. Aber das haben mir schon die Mingus-Punkte gegeben. Kann ja immer noch sein. Ey, da kann ich mir die wegmachen. Das ist ne Schätzfrage, ist geil. Sehr gut. Ja, das stimmt. Okay, ich hab eine Antwort schon von MVP. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eins von den beiden. Ich hab mir das, genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Einer hat komplett recht, tatsächlich. Stimmt mir nicht ganz sicher. Bogusch sagt 8, ist nicht richtig. Schinn sagt 5, ist auch nicht richtig. Es sind 10, wie MVP sagt. Meine Schätzfrage. Und die zähle ich jetzt mal auf. Bayern ist klar, ne? Hamburg, Bremen, Stuttgart, Stuttgart, Dortmund, Gladbach, Köln. Und jetzt wird es interessant. Leverkusen, wegen Kages, ne? Ist offiziell von Takashi. Oh Gott, dieses ganze Kleine. Dann gibt es zwei Mannschaften tatsächlich, die werden erwähnt, dass die in der Bundesliga gegen Bayern und so spielen und verlieren haushoch. Das sind Freiburg und Schalke. Bist du dir sicher? Schalke und Freiburg werden erwähnt? Ja. Ja, hab ich nachgeguckt. Ja. Da erwähnt man, man sieht ein paar Bundesliga-Ergebnisse gegen den Bayern. Ich glaub, Schalke verliert 5-1. Okay. Dortmund hab ich gezählt, ja. Freiburg und Schalke werden erwähnt, sind offiziell in der CT-Bundesliga. Ja, Tiger-Brand, Kali. Aber haben halt keine bekannten Spieler oder irgendwo. Sowieso mit Nita, das weißt du doch, wenn das die Frage war. Ja. Ja, Tiger-Brand und Nita. Kali, das ist offiziell. Glückwunsch, MVP. Ich wär auf 8 nur gekommen wie Bogusch, aber dann hab ich halt, wie gesagt, recherchiert. Das sind 10. Ich hab ja alles gelesen, deswegen wusste ich. Ja, deswegen, sehr gut. 300 Punkte für MVP. Ach, MVP. Und ohne die einzudrücken, ey. Ich komm hier durch. Ja, absolut perfekt. Wusstest du, also, hast du jetzt einfach nur eine hohe Zahl gegeben? Oder wie bist du rausgekommen? Ja, ich hab einfach ein bisschen höher gedreht. Also, ich hätte tatsächlich niedriger gedacht. Ich hab mich schon sehr hoch gegriffen. Ja, Marcin, ich hab natürlich nach und recherchiert. Ich wusste jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr, ob Grandios oder Rival Kapitän ist. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Mich hat's halt auch, glaub ich, mal interessiert, ob's noch bekannte Spieler gibt beim BVB außer Tiger. Ob's da irgendwas erwähnt wurde. Deswegen kam ich auf die Bundesliga-Elf. Gut, dann darf ja MVP die Frage nehmen, die nächste. Ja. Oh, Moment, die Tafel ist weg in der Arsch. Wartet mal kurz. Hä? Aber ich hab nichts. Oh, ne, ist schlecht. Scheiße, ich hab die falsch gespeichert wahrscheinlich. Moment. Ist nicht schlimm. Ich hab alles auch bei mir markiert, falls irgendwas weg ist. Alles muss hier jetzt wieder sein, oder? Weil jetzt kommt die gleich bestimmt. Hallo, Mama. Alles gut. Ja, da ist sie. Ja, ich sag klar, deine Mutter ist sehr beliebt im Bospo, weil du mal ein Foto von ihr gepostet hast. Ehrlich? Ja. Ja. Oh, nice. Was ist Orange Blue? Das ist die Frage. Neben Kalle in der U-Bahn. Oh. So, gibt noch schön viele Punkte. Oh, jetzt hab ich bei mir was weggemacht. So, jetzt. Warte, Bob, hörst du mich? Warte, hörst du mich? Ja, wir hören dich. Heute eröffnet das Orange Blue wieder. Es waren eine halbe Jahre. Das ist geil. Da will ich nachher noch hin, wahrscheinlich, vielleicht. Mal gucken. Oh, sehr schön. Es sind noch einige. Ich geh noch ins Discord-Blue. Heute Abend. Mit Crash. Ja, Discord-Blue passt, ey. Das ist ein guter Name. Ja, du darfst die Frage nehmen. Fakt. Ja, ja. Ich nehm natürlich, ähm. Ich nehm einfach jetzt mal super Schüsse. Ja. Ja. 400. Ich hoffe, eine Schätzfrage. Äh. Die Spieler dieser Nationalmannschaft. Such also die Nationalmannschaft. Außer Japan. Beherrschen den Skylab Hurricane. Also diese Tachibana-Spezialfähigkeit. Welche Spieler dieser Nationalmannschaft. Wo ist die? Nee, nicht. Die Spieler dieser Nationalmannschaft. So steht das. Oh, was? Ich such die Nationalmannschaft. Der ist wieder weg. Warte mal. Okay. Ich such die Nationalmannschaft. Ich such die Nationalmannschaft. Ja. Ja. Die Spieler. Die Spieler. Welcher Nationalmannschaft. Außer Japan natürlich. beherrschen den Skylab Hurricane. Gibt es mehr? Oh Gott. Ich weiß, welches es ist. Ja. Ja. Diese Spieler beherrschen das. Und mit ein bisschen Nachdenken kann man drauf kommen. Tatsächlich. Ja. Was sagst du? Die Konservaten Brüder. Ich such wie gesagt die Nationalmannschaft. Was aber jetzt egal ist. Ja. Thailand ist egal. Okay. Dann weiß ich, wer die zweite Nation sein kann. Da hab ich. Ja. Scheiße. Es ist nicht Thailand. Blick. Ich wollte nämlich auch Thailand sagen. Es ist nicht Thailand. Ich hab ne Idee. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Komm schon. Hau rein da. Ich hab doch gefragt, wer ist Thailand. Nee. Ich kann nicht noch mehr. Die Frage blenden wir nicht mehr ein. Weil dann wird alles abstehen. Und außerdem hätte ich Bogus vorher die Fragen schicken müssen. Dann hätte er ja alles gewusst. Okay. 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 Ich hab eine Frage. Ich hab eine Frage. Ich mach eine. Bereits. Ich versuche. Ich bin doch. Ich hätte gesagt, ich soll. Bleib dir doch. Es gibt nur eine Möglichkeit. Es gibt nur eine Möglichkeit. Oder was ist Mexiko? Ist richtig. Mexiko. Das ist eine einzige Möglichkeit, oder? Ich hab kurz überlegt, ob es ein Schweden ist. Mit ein bisschen nachdenken kann es nur Mexiko sein. Ist das. Im Rising Sun machen das Espada, Suárez und Zaragoza. Das war das allererste, was ich sagen wollte. Ich dachte, das kann nicht sein. Ich hab geschwankt, ne? Thailand oder Mexiko. Ich glaub sogar, das war im Spiel gegen Japan, ne? Meine ich. In irgendeinem Testspiel. Entweder gegen Japan oder gegen Spanien sogar. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall sind die das. Die machen ein Skylab Hurricane. Oder Hurricane. Ich weiß nicht, wie man es vernünftig ausspricht. Ja, dann ist Shin dann. Wenn die Punkte aktualisiert werden. Ja, sie sind die, glaube ich, schon. Und ich frage auch. Ja. Und dann würde ich sagen, wir machen, äh, 200-Tour-Football-Stars. Den komm ich nämlich wieder. Ja, okay. Nakanishi scheitert gegen diesen bekannten japanischen Spieler in der Qualifikation zur Mittelschule-Tour. Ich hab schon ganz lange Eis gedrückt. Ja, hier ist es noch. Ich wollte die Frage noch zu Ende sagen. Wer ist Makoto Soda? Vollkommen richtig. Natürlich Soda. Deswegen sagte ich, das hatten wir vorhin erwähnt, ne? Ja, ja, ja. Easy. 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 Oh, auf Null bist du. Gut. Sehr gut. Da kannst du ja gleich Punkte setzen im Finale. Sehr gut. Ja, das wär gut. Easy, easy. Da darfst du noch eine Frage jetzt machen. Ja. Okay. Oh, wir haben alle Hohen weg. Hier kommen die Großen. Ihr macht die tollen Fußball-Stars 400. Keine Schätzfrage. Keine Schätzfrage. So viele Mannschaften waren im Grundschulturnier jeweils in einer Gruppe. Das riskiere ich nicht. Keine Schätzfrage. Das riskiere ich nicht. Shin war das eher. Ist von Shin, ne? Du hast jetzt Akkler geguckt. Was ist Sex? Wirklich? Richtig. Sind Sex. Hätte ich im Manga so oft gelesen, das weiß ich. Man denkt manchmal, vielleicht es sind drei, weil nur Hanawa und Meiva wichtig sind. Oder vielleicht vier. Aber es sind tatsächlich drei unnütze Teams noch, die auf den Sack kriegen. Genau. Es sind drei unnütze Teams, die auf den Sack kriegen. Und deswegen kommen auch die Top 2 weiter. Weil so viele sind ganz große. Es ist halt echt merkwürdig. Hätte man auch einfach nur Dreiergruppen machen können und die Top 2. Wie viel Minus habe ich bekommen? Wie Minus? 800. Ohne die wäre ich gar nicht so schlecht. Ja. Das ist gut. Und es sind noch eins, zwei, zwei. Ich muss alle richtig verantworten. Ich muss alle richtig verantworten. Nein, drei. Da ist noch eine 400er offen. Ich muss alle richtig verantworten. Habe ich nicht gesehen. War ich blind. Hallo, Sven. Hau rein da. Ach so, ich muss ja. Nationalmannschaft 400. Nationalmannschaft 400. Dieser Spieler war der Top-Torschütze der U20-WM. Oh, das war ich nicht. Das gehe ich auch nicht. Nicht Scorer, sondern Top-Torschütze. Das gehe ich nicht. Wer war das? Wer war der Torschützenkönig der U20-WM? No, no. Hau ich mir lieber ein Bier. Kriege ich Krimer-Tipp? Krimer-Tipp, komm, damit ich da wieder rankommen kann. Ist Bogusch jetzt weg? Bogusch? Der holt sich ein Bier. Wenn wer wieder da ist, gebe ich euch einen kleinen Tipp. Ja. Ich habe so eine Idee. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, Shaq, mit Nachdenken kommt man eigentlich drauf, dass es nur einer sein kann. Leute, denkt mal gut nach. Okay, okay, okay. Shaq, 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 für dich. Shaq, 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 für dich. Shaq, Shaq, Shaq. Wer ist Carlos Santana? Ja, das ist richtig. Naturresa kommt natürlich nur im Finale. Schneider kommt gar nicht so weit und verletzt sich, glaube ich, auch gegen Brasilien. Ich war schon Santana und Juga, aber ich habe es so im Kopf, dass Juga es nicht geschafft hat. Weil die Brasilianer werden ja in der U20 so als neues Superteam gebaut. Deswegen natürlich Santana. Genau, und deswegen, als Shaq gesagt, es kann nur einer sein, dass die ja kommen. Es muss ja irgendwer von Brasilien sein, weil Naturresa hat nie gespielt. Das heißt, Santana muss alle Tore gespielt haben. Was mit Kals, weil er hat nicht gesehen, wie viele Tore Kals gemacht hat. Ich habe die offiziellen Quellen nachgeguckt, was man weiß. Und Schneider hat auch im Halbfinale gar nicht gespielt. Der war wie Müller verletzt. Ja, das hat er auch nicht getippt. Das wusste ich gar nicht. Ja. Deswegen, und wer kann nur sein außer Juga, Schneider und Santana eigentlich niemand. Und Juga ist halt eh immer nur zweite Klasse. Japan ist ja eigentlich nur Tsubasa. Deswegen, es kann eigentlich nur Santana sein. Okay. Okay, wir haben jetzt noch, äh, Bogus, das war Nationalmannschaft 400. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Wir haben zwei 500er noch. Ja, das muss ich mich echt. Nee, du hast das falsche ausgesprochen. Du hast das falsche ausgesprochen. Das falsche, was war das denn? Ah, okay. Es war Nationalmannschaft 400. Was habe ich durchgeschrieben? Ach, 400 Vereine, ne? 500. Nee, ich habe Vereine 400 durchgeschrieben. Nein. Nein, wir haben noch Vereine 500 noch über und Superschüsse. Sicher? Nee, wir haben Vereine. Ja, doch, doch, doch. Ja, wir haben die beiden noch übrig. Habe ich auch bei mir. Moment, was? Wir haben Superschüsse 500. Ich habe Vereine 400. Vereine 400 ist also noch frei, oder? Nein. Das ist 500 frei. Nein. Sag mir, was ich jetzt machen muss. 500. Wie viel hast du gesagt? Gar nichts. Die müssen mir sagen, welche. Na, Nationalmannschaft 400. Ich habe 100 Punkte weniger. Ich bin ehrlich. Ich habe 100 Punkte weniger. Bogus, die beiden Fragen, die noch offen sind. Kein rotes X. Vereine 500 und Superschüsse 500. Die sind noch frei. Vereine 500 ist frei. Warte mal kurz. Das heißt, Nationalmannschaft 400 kannst du wegschreiben. Ich mache Vereine 500 nochmal Korrektur, dass die noch frei ist, ne? Jo. So einfach geht's, du sagst es doch direkt. Und was habe ich jetzt? Und das war 400 Nationalmannschaft? Und Nationalmannschaft 400. Ja. Das heißt, Schinn hat 800 Punkte und nicht 900. Ja. Ich will auch nicht. 800? So, ich mache ja auch mal Slots. Jetzt hängt alles bei mir im Moment. Ja, alles gut. Alles gut. Die Farbe weht mich ja da jetzt aus. Scheiße, mein Bitmap ist gleich kaputt. So. Alles gut, ich habe es hier auch. Außer die Ergebnisse von euch. 800 machen wir schon. Genau. Meine größte Sorge ist gleich, nicht zu viel zu setzen. Du musst mir gleich ein Mathematiker helfen. Ja, ich habe schon All-in, All-in. Mir ist egal, Platz 1 oder gar nichts. Klar, so gar nichts. Ich finde die Frage, ich sage nichts. Ich sage nichts. Gut. Ja, muss ich kurz warten, weil bei mir ist ja immer Delay. Aber wenn ein MVP sagt ja, dann wird es stimmt. Ja, ist jetzt. Ja, außer Shins Punkte sind die schon aktuell? Ja. Okay, sehr gut. Sehr gut. Bei mir ist halt noch 9 Uhr dabei, ich hänge ja immer. Ja, jetzt ist auch Tag 100. Dann ist... Ja, müsste. Klar. Boah, ich muss pinkeln, schnell. Ja, war Santana da. Hallo? Shin? Ja, ich bin noch hier. Du bist dran, du darfst in der Kategorie aussehen. Ach so, Superschüsse 500. Oh. Ja, es gibt 500er, ich meine das. Neben Kojiro Hiyuga und Schweil Taiga-Bran beherrscht dieser Verteidiger auch die Technik des Raichu-Schuss. Ich hab ne Vermutung, aber... Sag ich nicht. Hab auch ne Vermutung. Weil das Problem ist, wenn das G-Person ist, geht um Mainz, dann ist er kein Verteidiger mehr. Da war er Verteidiger. Ich glaub, ich weiß es. Fuck, ich muss ja, ich muss ja Risiko machen. Komm. Okay, schön. Warte, wie heißt denn der? Warte, 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 warte. Das ist dieser Typ aus Argentinien, oder? Wie heißt der Fette? Galvan? Wer ist Galvan? Ja, dann ist das leider falsch, weil er war ein Rising Sun mit defensives Mittelfeld. Der war auch Verteidiger. Deswegen, weil Vicky geknüpft, der steht Verteidiger. Weil Bogus das gesagt hat. Weil Bogus gesagt hat, der war der Fall, der hat den Kopf gehabt. Das ist nicht, obwohl es falsch ist. Ich hab... Rising Sun noch vor einiger Zeit erst gelesen. Der war der Fall der Mittelfeldspieler. Nee, ist ja nicht schlimm, alles gut. Und ich hab geguckt, bei Vicky stand halt Verteidiger noch. Das ist aber nicht richtig. Das kam back aus der Sendstelle. Ich hab schon vermutet, dass er das ist. Ich hab die offizielle Wiki-Quelle. Die offizielle Wiki-Quelle ist falsch. Weil ich kann die auch nicht sagen... Da waren jetzt dieses Mittelfeld. Dann tut mir das leid. Alles gut. Weiß ich schon, wenn ich die Schuld gleichgehe. Bogus, Bogus, du hast mir geholfen. Ja. So, 500 hab ich dir gegeben. Okay, 1300. Dann wurde die Frage durchgeschrieben. Okay, nice. Wie viel... Nice. Wenn jetzt niemand was macht, wie viel setze ich denn? Nice. Du musst mir sagen, wie viel... Alles setzen. So, Position steht nämlich bei ihm Defender. Ja, aber der ist... Ist dann ein Verteidiger, ist nicht ein defensiver Mittelfeldspieler. Ohne das Minuskram hätte ich Haus hochgeführt. Ist doch auch ein Verteidiger. Ohne das Minuskram Haus hochgeführt. Ohne das Minuskram ist Haus hochgeführt. Jetzt hab ich wenigstens eine Begründung, warum ich verliere. Okay. Ich auch, ich auch. Ja, auf jeden Fall. So, dann bleibt nur noch eine Frage übrig. Moment, das ist doch... Da bin ich gespannt, ob da jemand das ist. Es bleibt auch nur noch eine übrig. Vereine 500. Aber warum kannst du mich das einholen? Hab ich nicht genug Vorschrift. Ich wähle Vereine 500. Ich wähle Vereine 500. Vereine 500. Ja. Diese deutsche Mannschaft kommt nur in einem Videospiel vor. Oh Gott, das müsste ich... Ich weiß, ich hab jedes von diesen... Oh, Bogusch. Wer ist Eintracht Frankfurt, CT5? Vollkommen richtig. CT4. CT5 auch. In 4 tauchen sie halt das erste Mal auf. Ja, wer ist Eintracht Frankfurt? Wer ist Eintracht Frankfurt, hat er gesagt. Eintracht. Vollkommen richtig. Eintracht Frankfurt. Das wusste ich. Das hätte ich niemals im Leben gewusst. Nee, auch nicht. Aber ich hab auch CT4 und 5 nicht viel gespielt. Das ist spannend. Spielt er nicht, äh... Spielt er nicht Hernandez? Das weiß ich nicht. Hat das nicht Marcin mal nämlich im Chat gesagt? Irgendwie war das, deswegen kam ich darauf. Das hatte Marcin, glaub ich, mal geschrieben, dass Hernandez bei Frankfurt oder Köln irgendwie sowas spielt. Ich weiß nicht, wie viel ich setzen soll. Ich hab's hier nur auf... Ich hab's gerade auf Wiki gefunden. Ja. Bei Wiki steht nichts, wer da mitspielt. Bei... Ja, na, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit mir, egal wie ich... Ich weiß nicht, wie viel ich setzen soll. Bei mir ist das ja egal. Das kommt auf Shin an, wie viel er setzt, ne? Ja. Oder bei MVP, wenn er's richtig macht. Und ihr setzt zu viel. Ja, alles möglich. Setz mal ein Tausender. Dann geh ich mal lieber auf Toilette, bevor dann die Finalfrage kommt, oder? Ja, so nice, du schreiben wir's bei WhatsApp. Dann bis gleich. Gut. Ja. Okay, ich glaub, ich weiß, was ich setze. Schreibt ihr mir das per WhatsApp, oder wie machen wir dat? Ja. Ja. Okay. Also, ich setze das, was wir geschickt haben. Okay. Okay. Ich glaub, das ist richtig. Das, äh, geht leider nicht. Moment. Okay, 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 okay. Ich weiß nicht, ob's geht. Ich kenn mich Japanese nicht so aus, ob man das auch machen kann. MVP, aber okay. I got it. Fällt nur noch Bogusch. Da bin ich gespannt. Ich kann jetzt meine eigentliche super Frage nicht stellen. Die ich mir erst ausgedacht hatte vor ein paar Tagen. Das war nämlich der Geburtstag von Kisugi Tepai. Aber den haben Bogusch und ich letztens schon geklärt. Von daher hab ich eine ganz andere Frage gemacht. So, Bogusch, super Frage für dich. Ich hab noch nicht gesetzt. Wann hat Kisugi Tepai Geburtstag? Am 15. Mai. Ja, sehr gut gemerkt. War aber auch nicht die super Frage. Du musst setzen. Ob muss 500, 400, warte mal. Also, die Sache, die man setzt, die kriegt man dann doppelt oder so. Wenn ich den 300 setzt, kriegt er 600. Ja, genau. Das ist eigentlich egal. Und du musst mir das per WhatsApp bitte schicken. Wenn ich setze, ist eigentlich egal. Man kriegt ja das Geld oder gibt's schon das Geld. Ich geb das, was du hast in Dream Balls, geb ich den Sieger. Nicht. Bin doch nicht Bellamy. Oder Shaq. Shaq macht das, Shaq! Genau. Shaq, du spendest dem Sieger die Anzahl der Punkte in Dream Balls. Aber ich spiel doch gar nicht. Wer Shaq? Ich. Achso, du. Ja, dann schickst mir dein Account. Moment. So, okay. Ich warte noch auf Bogus' Antwort. Also nicht Antwort, sondern setzen. Wenn Shin 300 setzen würde, kriegt er 600, wenn er richtig hat, ne? Also hat er 1.900 dann. Ja, wir auf 1.900. Theoretisch. Okay. Wenn er 300 setzen würde, ja. Oder? Ich hab Angst, falsch zu rechnen. Da bin ich der größte Gearsch, ey. Bogus setzt 2.000. Könnte ich auch eigentlich, aber ich will Punkte sammeln. 2.000 los. 2.000. Oder wir lachen dich alle aus. Wir machen Bogus. Ah, okay. Nee, nicht, nicht. Moment, Moment. Moment, darf ich noch nicht. Lässt du oder nicht? Nee, Moment. Jetzt hab ich's. Nimm dieses zweite. Okay, die zweite Zahl. Okay. Psst, psst, psst. So, mal sehen, ob ihr das offizielle Diki auch wieder gelogen habt am Ende. Okay. Ja, per WhatsApp, bitte. Ja. Welcher Spieler ist der Einzige, der schon gegen Zubasa ein oder mehrere offizielle Spiele bestritten hat und noch nie verloren? Also mindestens zwei, oder wie? Naja, es gibt nur einen. Welcher Spieler ist der Einzige? Oder meinst du offizielle Spiele? Ein oder mehrere? Also ein Spiel reicht. Mindestens ein. Offizielle Spieler. Ein Spiel, ein offizielles Spiel reicht vielleicht. Vielleicht waren es auch mehrere. Aber welcher Spieler ist der Einzige, der schon gegen Zubasa ein oder mehrere offizielle Spiele bestritt und noch nie verloren hat. Und wer umgeschlagen ist, ging zur Basel, meinst du, ne? Im Grunde ja. In offiziellen Spielen. Offizielle Spiele sind keine... Keine hier. Wir sind jetzt auf dem Hinterhof ohne Schiri. Naja, so ist es ein Spiel im Stadion oder im Turnier oder sowas. Offizielle Spiele. Offizielle Spiele. Freundschaftsspiel wird theoretisch auch zählen, wenn sie offizielle Spiele sind. Warte, du lest mal die Frage noch vor. Einmal die Frage noch. Ja. Zählen auch Freundschaftsspiele. Einmal die Frage noch. Welcher Spieler ist der Einzige, der schon gegen Zubasa ein oder mehrere offizielle Spiele bestritt und noch nie verlor? Ein Freundschaftsspiel ist auch ein offizielles Spiel. Aber ich rede jetzt nicht von so Sachen wie auf dem Hinterhof. Wer wirft den Ball am weitesten? Dann gibt es aber mehrere. Oder du meinst ja Starspieler. Es gibt nur einen. Nur einen Spieler. Ja, wenn du es so siehst, Starspieler. Okay, warte. Darf ich euch was sagen? Ja. Ich kenne von dem Spieler den Namen nicht, aber der Stammtorwart von FCMI war vorher kein Starspieler, oder? Okay, okay. Also man kennt den Namen. Sonst hätte ich die Frage nicht gemacht. Man kennt den Namen. Man kennt den Namen. Man kennt den Namen. Es ist kein unbekannter Hansel, meine ich, nicht als Superfrage. Aber du hast natürlich auch recht, Shin, in dem Sinne. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich tippen soll. Warte mal. Ja, ey. Ich habe kurz. Es ist ein Spieler, den man kennt. Wie lange haben wir denn Zeit? Ein bisschen gebe ich euch. Er ist der Einzige, der schon mehrere oder eins zumindest offizielles Spiel gegen Zubasa bestritt und es nicht verloren hat. Oder beziehungsweise noch nie verloren hat. Keine Niederlage gegen Zubasa. Keine Niederlage gegen Zubasa. Keine Niederlage gegen Zubasa in einem offiziellen Fußballspiel. Und der gegen ihn natürlich auch gespielt hat, ne? Du kannst mir jetzt nicht sagen, die 15. Präfektur von irgendwas. Der hat gegen Zubasa gespielt und nicht verloren. Mach mal eine Nationalität. Ich habe keine Ahnung. Nein, das kann ich leider nicht sagen. Keine Ahnung, ey. Das ist ehrlich? Wir haben noch Zeit, ne? Ja. Kam das in Manga nur vor oder auch im Anime? Auch in Anime. Was? Ah. Ne, nein, das kann ich sagen. Ich habe nicht... Ich habe eine Idee. Ne, das kann es auch nicht sein, oder? Warte, die haben doch noch mal gegeneinander gespielt, oder? Nicht so einfach, Fliege. Nicht so einfach. Nicht so einfach. Ich dachte, das ist eher direkt. Um ehrlich zu sein. Ich gebe euch einen Tipp. Es ist natürlich ein sehr bekannter Spieler. Ein Rivale von Zubasa im Grunde. Gegen den hat er noch nie gewonnen. Ich tippe jetzt einfach was. Ein Rivale von Zubasa. Gegen den er noch nie gewonnen hat. Aber gegen den muss er schon auch gespielt haben, ne? Und hat schon offiziell gegen den gespielt. Tippe jetzt einfach. Es wäre mit komplettem Lauf. Mhm. Also mein Hoffnung ist der Schinders nicht, weil es... Zubasa hat noch nie gegen den... Zubasa hat noch... Es waren offizielle Fußballspiele mit Mannschaften, Aufstellen, Fußball, yeah, yeah, yeah. Und Zubasa hat noch nie gewonnen gegen diese Person. Der hat aber gegen ihn schon mal gespielt. Ja, Zubasa hat gegen ihn gespielt. Drei, zwei, drei. Hey, na, wie viel Zeit haben wir denn? Danke wirklich. Ich habe jetzt einfach irgendeinen genommen. Keine Ahnung. Ah, okay. Das kann nicht sein, was ich gemacht habe. Das geht ja nicht. Scheiße. Warte, warte, wir haben noch Zeit, ne? No, ich... Shin gebe ich noch fünf Sekunden, weil ich von den anderen beiden die Antworten habe. Ich habe es nicht bedacht. Okay, warte, warte, warte. Ja, aber das ist leider deine erste Antwort. Ja. Kann nur sein, oder? Okay, warte, ich habe eine. Ne, kann auch nicht sein. Ich habe eine Idee. Ich habe eine. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ah, ich habe es. Ich bin nicht blöd. Ich bin so blöd. Wer weiß. Oder? Ist das das? So, ich sage es jetzt nicht. Scheiße, bin ich blöd. Ich löse es erstmal auf. Ja, MVP hat gesagt Misaki. Gegen Misaki hat Tsubasa aber kein offizielles Spiel gemacht. Ja. Die haben nie gegeneinander gespielt, so. So, ist schon mal falsch. Shin sagt Vulkan Barukan. Der hat gegen Saudi-Arabien natürlich Tsubasa mitgespielt. Nein, das ist mein letzter Tipp. Ich habe drei Namen gesagt. Der dritte ist es, ne? Tja, schau. So. Bogus sagt Santana. Das ist natürlich komplett falsch. Und der letzte Tipp von Bogus ist tatsächlich richtig. Es ist Genso Wakabayashi. Genso hat noch nie gegen Tsubasa verloren. Oh, Mann. Wir haben unentschieden gegen Shute-Tzu gespielt. Sehr gute Frage. Sonst hat Genso nie gegen Tsubasa gespielt. Pflege, darfst du es fragen? Ja. Was ist mit Kizugi-Tepai? Deswegen Kizugi-Tepai. Mhm. Deswegen habe ich jetzt noch Starspieler gesagt. Wäre auch eine Möglichkeit jetzt am Ende gewesen. Ich habe nicht drüber nachgesagt. Hat niemand gesagt. Meine Idee. Meine Idee war mit, ich weiß, die haben doch bei dem letzten, die haben gegen Saudi-Arabien nur unentschieden gespielt, oder? Deswegen habe ich noch Rivale gesagt, damit es vielleicht klarer wird, als ihr so Probleme hattet. Aber die haben ja unentschieden gegen Saudi-Arabien gespielt. Aber haben die denn noch? Die haben gewonnen gegen Saudi-Arabien. Ne, die haben unentschieden gespielt. Olympia bei Rising Sun. Aber die haben auch Gondraan 20 gegen die Rising Sun gespielt. Auch noch neben Hurtihof, ne? War da Vulkan schon dabei? Natürlich. Ja. Die haben so ein bisschen gespielt. Die haben zwei Spiele gegeneinander gespielt. Das erste war das, weil da haben sie gewonnen. Nevermind. Ja, ich habe bei Wiki geguckt und bin durch die Spieler durchgegangen und da stand tatsächlich bei Genzo. Dort wusste ich nämlich auch nicht. Er ist der einzige Rivale, der noch nie gegen Tsubasa verloren hat. Er hat recht. Deswegen habe ich noch Kaili Rivale gesagt, weil Kizugi, Mamoru und Taki sind keine Rivalen. Das ist eigentlich so eine Beantwortung. Das kam auch logisch, nachdem ich Santana, Urabe und jetzt Genzo gesagt habe. Ja. Und deswegen habe ich auch offiziell gesagt, Martin, weil Trainingsplatz, die Kacke, wollte ich halt nicht sehen. Ich habe kurz an Bremen überlegt, aber das kann ja auch nicht sein, weil die Nationalspieler ja auch in Deutschland waren. Das stand halt im Wiki, deswegen fand ich das ganz lustig. Ich dachte halt irgendwie so schlau. Ich weiß, die haben irgendwie einmal Unschi gegen Saudi-Arabien gespielt, vielleicht hat er wohl zwei Spiele gespielt. So, und jetzt wird es lustig. Wirklich lustig habe ich das falsch gemacht. Scheiße. Ja. Weiß ich nicht. MVP, wir haben ja eh alles falsch. Ja. MVP hat 600 gesetzt, ist also auf 0. Ja. Und gegen Matsuyama haben die ein Halbfinale im Mittelschulturnier doch gespielt. Und dann Katsudata gewonnen. Das war das Halbfinalspiel, um gegen Toho zu spielen. Ja. Ich glaube, der Flieger, das stimmt mit Wakabayashi, stimmt. Also es stimmt halt noch Kisugi und Takasugi. Ja, deswegen habe ich aber noch Rivale gesagt, weil Kisugi und Hajime sind keine Rivalen von Tsubasa. Natürlich hat er gegen Matsuyama gespielt. Achso, das hat Pflege schon geantwortet. Aber Itzawa schon Rival, oder? Ja. Ich bin auch vergleichbar. Ja. Hättet ihr es genannt, hätte man streiten können, aber habt ihr ja nicht. So, also MVP ist auf 0 runter. Dann machen wir mit Bogusch weiter. Bogusch setzte 400. Ich dachte 300. Der ist also auf 1300 runter. Nee, Moment, 400? Vielleicht hat schon ja 0 gesetzt. Ich habe mir die Punkte aktualisiert, weil ich dachte, ich habe 300 gesetzt. Du hast mir... Ach, du hast schon. Ja, aber ich habe 400 gesetzt, denn 1600. Du hast 400, hast du mir ges... Ja, er ist auf 1600. Ja, okay, dann ist jetzt... Shit. Dann ist jetzt nicht mal so spannend. Shin hat 1100 Punkte gesetzt. Warte, 200. Ich wollte doch immer... Ich wollte doch vor MVP bleiben. Was war mein Ziel? Hatte ich auch nicht überlegt, aber... Ja, und ich dachte, vielleicht machst du es auch selbst nur 500, deswegen habe ich... Ich dachte, hier kommt er echt drauf auf Genso. Ja, das denkt man ja gar nicht, ne? Wenn man den bekannten Spieler durchgeht, ne? Das denkt man einfach nicht. Wenn man an allen bekannten durchgeht, so Schneider, Santana, Natureza, die verlieren ja immer Finals gegen die. Das war klar, dass ein Japaner ist, aber ich habe nicht an den Toren gedacht. Es ist einfach zu einfach... Nee, ich habe einfach... Du siehst ja, ich habe ja diese... Ja, ja, das ist dann irgendwie so ein Quack da. Ich glaube, er hatte über 2000. Hat er ja nicht genau 2000? Ja, ja, genau, der gab 2000. Also, stimmt so. Nicht so... Ich hatte echt gedacht, ihr lacht mich gleich aus. Stimmt, das war eine super Finalfrage, weil die war eigentlich relativ einfach, aber man hat halt gedacht, die kann nicht so einfach sein. Ja, sehr gute Frage. Vor allem war das ja keine Gewusstatt. Wenn dich jemand wirklich nachgedacht hätte, dann kommt man drauf. Ja, du bist ja noch drauf gekommen. Nach zwei Versuchen. Ich dachte wirklich kurz an Urabe. Ging das Freundschaftsspiel gegen Urabe 0-0 aus? Kann das sein? Nein, 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 5-0. Das ging 5-0 aus. Und außerdem, Otomo war ja kein Freundschaftsspieler. Das war doch Quali zum Grunde. Ach, Otomo hat auch vergessen. Ja, genau. Das spielte aber Otomo. Ich dachte, das war ein komisches Spiel anfangs. Nee, nee, das ist... Und das hätte ich auch nicht offizielles Spiel, wo das Ergebnis wirklich wichtig ist. Nein, ein richtiges Spiel. Und nicht irgendein Trainingsspielchen. Ach so, meine Kamera ist aus. Warum sagt mir das keiner? Danke schon, Flieger. Ja, bitteschön. Ich hatte vielleicht gedacht, ihr sagt auch Gänzo wegen dem Hamburg-Spiel, aber da zu Baza zum Beispiel ja nicht mitzuspielen. Ach stimmt, habe ich auch gar nicht bedacht. Es gibt so viele Sachen, die ich gar nicht bedacht habe bei der Frage. Ja. Da ist ja nicht schlimm. Und genau, ich habe irgendwie gedacht, ich habe Gänze irgendwie, habe diesen Anfangskram überhaupt nicht gedacht. Ich auch nicht. Das ist komisch. Also herzlichen Glückwunsch zu 1600 Dreamballs, Bogusch, von Shaq. Ich dachte bei dieser Finalfrage, dass Flieger hat so etwas Krasses. Okay, welcher Spieler war der wann mal verletzt, dass er irgendwie mitgespielt hat? Ich dachte kurz an Radunga, aber bei Radunga war der in derselben Mannschaft. Ich weiß nicht, ob die in Radiga gegeneinander gespielt haben. Ja. Könnte sein, aber. Das weiß ich auch nicht. Ja, und das Problem ist doch einfach, zu Baza hat er eh fast nie verloren. Da gibt es ja irgendwie nur 6-5-6-Spiele. Ja, deswegen gibt es halt Traumspiele, wo er nicht verloren hat. Ich dachte ganz kurz an Shingo Euter, nee, da hat er ja mit 10-0 gewonnen. Ja, stimmt. Ja, 10-1. Und deswegen bin ich halt auf Vulkan gekommen. Deswegen, es gibt ja eigentlich, wenn ihr durchgeht, nur zwei Spiele oder so, wo er nicht gewinnt. Und dann ist Schute zu Spiel und das halt. Gegen den Rand haben sie 1-1 gespielt. Und dann war's. Ich habe gegoogelt. Ich habe gegoogelt. Die haben gegen Saudi-Arabien einmal 1-1 gespielt in der Quali. Ja, aber auch einmal verloren, ne? Ja, genau. Gewonnen einmal. Ja, genau das. Aber ja, das ist, glaube ich, eins von den vier Spielen, die Tsubasa nicht gewonnen hat. War Tsubasa denn überhaupt beim 1-1 dabei, ist die Frage, ne? Ja, das weiß ich gar nicht. Ja, vielleicht war er gar nicht dabei. Da weiß ich nämlich auch nicht, ob der beim Hinspiel dabei war. Weil die Spiele, die Japan verliert, Australien oder die Freundschaftsspiele vor der WM, sind halt alles ohne Tsubasa. Ich habe aber extra mal nachgeguckt, Vulkan war bei beiden dabei. Ich habe halt gehofft, dass wir in die Minuten können, dass Vulkan in den beiden nicht gespielt hat oder so. Ja, das wäre wirklich... Das wäre... Ich muss spoilern, da wäre es schlechter Verlierer gewesen, da wäre ich ausgerastet. Hätte ich das nur verloren. Wenn ich noch gewonnen hätte, nach minus 900 Wurst. war ich das nicht. Okay. Vielen Dank.